Und ich wünsche euch viel Spaß und damit ist die Drachenjagd in Klagenfurt eröffnet. Wir starten jetzt wieder die Drachenjagd, war schon in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte, ist eine Belebung der Innenstadt, hilft der Wirtschaft, aber wir präsentieren auch viele Vereine, Institutionen, die da ihre Jugendprogramme, Jugendsportarten etc. präsentieren können. Und das ist so eine Win-Win-Situation und man merkt, das ist eine tolle Stimmung und ich freue mich schon auf die diversen Veranstaltungen. Ja, also die beliebte Drachenjagd in Klagenfurt ist ja beim ersten Mal wunderbar über die Bühne gegangen. Ich habe gehört, große Begeisterung bei den Kindern, bei den Familien, auch natürlich eine Frequenz für die Innenstadt und daher danke ich den Verantwortlichen. Ich denke, es ist eine super Sache. Achtung! Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, vier, sechs, sieben, acht, vier, sechs!